Hallo Fußball-Fall und willkommen zu einem neuen Video und es geht weiter mit dem 2. Bundesliga-Check. Heute ist es in Dresden und Bielefeld auf der Liste. Wir werden beide Clubs analysieren und dieses Video ist unterstützt von OneFootball. Schau gerne bei der App vorbei, den Link findest du in der Videobeschreibung. Also unterstützt dieses Video von OneFootball, eine Fußball-App für jeden Fußball-Fan. Sie ist auf jeden Fall zu gebrauchen auf deinem Handy und natürlich auch im Internet zu finden. Also guckt dort gerne vorbei, aber jetzt natürlich voller Fokus auf Dresden und Bielefeld. Wir starten mit Dynamo Dresden, gucken auf den Kader der Dresden, aber wir gucken natürlich auch auf die Transfers, die bislang schon getätigt wurden, aber vor allem auch, was man von Dresden in diesem Jahr erwarten kann. Beginnen tun wir erstmal mit der bisherigen Saison und da konnte Dresden bislang drei Punkte sammeln. Am ersten Spieltag gab es einen 1-0-Sieg gegen den MSV Duisburg. Das war sozusagen die Wiederholung aus dem Vorjahr, auch in der Saison. Hat man im ersten Spieltag auf Duisburg getroffen, auch da hat man 1-0 gewonnen und auch da war Lukas Röser der Torschützer. Am zweiten Spieltag dann gab es eine 1-2-Niederlage gegen Bielefeld. Das ist dann wiederum ein Schlag, den man nicht unbedingt haben wollte. Am dritten Spieltag geht es dann gegen Heidenheim und da wird man dann schon sehen, in welche Richtung es geht. Mit einem Sieg schraubt man sich erstmal wieder nach oben. Mit einer Niederlage muss man allerdings den Blick nach unten richten. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Duell gegen Heidenheim. Da ist auf jeden Fall vieles möglich. Gucken wir auf die Mannschaft der Dresdner im Tor. Marco Schubert wohl die Nummer 1. Als Backup dann noch Tim Boss und Patrick Wiegers in der Verteidigung. Linus Wahlquist, Nordzwang und Niklas Kreuzer für die rechte Seite. Sören Gontar, Jannik Müller, Dario Bumic und Florian Ballas für die Innenverteidigung. Links hinten Philipp Heise und Brain haben wir Leinen. Dann fürs Mittelfeld Marco Hartmann, der Kapitän aktuellser Verletzer. Ansonsten wäre natürlich der Schlüsselspieler schlechthin. Aber wie gesagt, aktuell fehlt dieser leider verletzungsbedingt. Klingt dann ebenfalls noch für die 6. Position hat man Jannis Nikolau, Riku Binatelli und ein Ticken Offensiver. Osman und Patrick Ebert ebenso wie Baris Attik, Nordzwang aus Hoffenheim und Justin Löwe. Der Leihrückkehrer dann für die Außenhaare ist Duljevic, Erich Berko, Marius Hauptmann, Sascha Horvath, Patrick Möschel und Osman Attilga. Und dann für den Sturm Musa, Kone, Lukas Röser und Vassil Kusey. Und daraus können wir uns jetzt mal eine erste Elf basteln. Dresden spielt ja so ein bisschen mit einem 3-4-3 Raute, wenn man so will. Wurde in diesem Jahr ja wirklich auch schon praktiziert in beiden Spielen. Im Tor ist Schubert eben die Nummer 1 Dreierkette. Hammerlein dann als Linksfuß. Hat da gute Chancen viele Spiele zu machen. Dumic, der Nordzugang, ist sicherlich einer der besten Innenverteidiger, den sie haben. Neben ihm würde ich mir auf jeden Fall für Ballas entscheiden. Dann auf der 6, wenn er fit ist, auf jeden Fall Kapitän Hartmann. Rechts Wahlquist, links heiße die beiden offensiven Außenverteidiger. Dann auf der 10er Position, Patrick Ebert, bringt eine jede Menge Erfahrung mit. Auch ordentlich Bundesliga-Erfahrung, also ein Topmann für die 2. Liga. Wird sicherlich auf der 10 viele Spiele machen. Duljevic ist links gesetzt und rechts Kone ist ja eigentlich ein Stoßstürmer. Man kann aber eben auch auf der rechten Seite spielen. Und weil eben Röser vorne drin bislang auch schon wieder einen guten Eindruck gemacht hat, würde ich mich aktuell für diese 1. Elf entscheiden. Transfers gab es schon ein paar bei Dynamo Dresden. Deutschland war vor allem auch Baris Atik von Hoffenheim gekommen. Er stand ja auch bei Darm schon auf dem Zettel. Dresden hat sich durchgesetzt, hat ihn für eine knappe halbe Million Euro verpflichtet. Linus Wahlquist als weitere Alternative für die rechte Seite. Obwohl er natürlich auch schon mehr als eine Alternative ist. Er hat die besten Chancen auf dem Stammplatz. Dann auch Yannis Nicolau ist ebenfalls neu. Wie Dario Dumic, Leihgabe aus Österreich. Tim Boss als neuer Keeper. Patrick Ebert absofrei gekommen. Vom FC Ingolstadt und Brian Hammerleine Dehne für die linke Seite. Und Justin Löwe ein Leihrückkehrer. Abgänge gab es auch schon ein paar. Niklas Hauptmann sicherlich der, der am meisten wehtut. Der hat eine gute Rolle gespielt. Der war gesetzt. Der war ein offensiver Achter. Deswegen nochmal ein anderer Spielertyp als zum Beispiel ein Hartmann. Er ist ja zum 1. FC Köln gewechselt. Auch da spielt er eine gute Rolle. Dresden wurde auch mit ein paar Millionen ordentlich entschädigt. Pascal Tistrütz sicherlich der aktuellste Abgang. Ist noch zu Erzgebirge Aue gegangen. Fabian Müller ist ebenfalls weg. Andreas Lamberts, der zurückgekehrt ist zu Fortuna Düsseldorf. Daher die zweite Mannschaft gegangen. Manuel Konrad ebenfalls weg. Wie Marc Wachs, Peniel Mlapper. Und dann noch die Leihgaben, die man eben nicht halten konnte. Und nicht halten wollte. Aber sicherlich auch finanziell. Alle drei nicht wirklich möglich waren. Marvin Schwebe zurückgekehrt zu Hoffenheim. Marcel Franke zu Norwich City. Auch wenn beide jetzt schon weitergezogen sind. Und Paul Seguin zurück zum VfL. Wolfsburg. Gerüchte gibt es noch. Vor allem im Norden Zünge. Tim Kleindienst wurde genannt von Freiburg als Alternative. Falls das nicht klappen sollte. Assis Buadus vom FC St. Pauli. Da ist die Richtung schon klar. Ein neuer Stürmer als Ausnahsheim. Klar, Lukas Röser ist aktuell gesetzt. Kone eher als Rechtsaußen eingeplant. Und dann wird es eben schon dünn. Und da könnte so ein Spielertyp vor allem wie Tim Kleindienst. Der auch Bundesliga-Erfahrung mitbringt. Der Mannschaft richtig gut tun. Ich denke mal bei Kleindienst wäre eine Laie möglich. Bei Buadus sicherlich dann eher ein fester Kauf. Beides sind Kandidaten. Bei einem Abgäng wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Und die Erwartung an die Dresdner. Ist sicherlich nachdem er im letzten Jahr lange im Abstiegshampf dabei war. In diesem Jahr nicht gegen den Abstieg spielen zu müssen. Das ist natürlich ein Ziel, was nicht einfach ist. Aber was ich den Dresdner auf jeden Fall zutrauen werde. Tabell Mittelfeld halte ich ebenfalls für realistisch. Dresdner hat ein gutes Team. Hat bis auf Hauptmann auch keinen wirklichen Schlüsselspieler. Fallon, gut Marcel, Franke, Schwebe und auch Seguin. Das sind natürlich Spieler, die auch vom Namen her schon mal eine Klasse mitbringen. Ansonsten konnte man das Team immer gut zusammenhalten. Sollte man sich jetzt noch einen Stürmer wie Tim Kleindienst holen, traue ich den Dresdner auf jeden Fall das Tabell Mittelfeld zu. Also das war Dynamo Dresden. Wir haben auf verschiedene Themen geguckt. Jetzt geht es weiter mit Arminia Bielefeld. Wie gesagt, das war ja auch schon ein Gegner von Dynamo Dresden am zweiten Spieltag. Auch da gucken wir gleich nochmal drauf. Wir gucken auf die Mannschaft der Bielefelder. Aber vor allem natürlich auch auf die Transfers, die bislang abgeschlossen wurden. Also die bisherige Saison läuft auf jeden Fall richtig gut für Arminia Bielefeld. Vier Punkte konnte man bereits sammeln. Es gab ein 1 zu 1 gegen Heidenheim. Gut, da war vielleicht auch noch ein Ticken mehr drin. Konnte man aber dann schon gut mit leben. Und eben ein 2 zu 1 Sieg gegen Dynamo Dresden. Somit ein gelungener Saisonschat. Vier Punkte nach zwei Spielen. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Am besten dann auch am dritten Spieltag gegen den HSV in Hamburg. Wird man da gefordert. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe für Arminia Bielefeld. Aber auch da hat man sicherlich realistische Chancen, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Gucken wir auf die Mannschaft der Bielefelder. Im Tor Stefan Ortega. Die klare Nummer 1. Hinter ihm dann auch Philipp Klevin und Babuka Gallier. Für die Verteidigung nicht so viele Alternativen. Aber dafür wirklich auch gute und starke Spieler. Serik Bruner, der sich ja leider noch verletzt hat. Und dann noch Kahn-Hari Ötzkan. Und für die Innenverteidigung Julian Börner, Brian Behrendt und Stefan Salga. Und für links hinten natürlich noch Florian Hartherz. Hartherz im Mittelfeld gibt es dann schon mehr. Deutlich mehr Alternativen. Manuel Prietl, Max Christiansen, Tom Schütz. CMUka Nils Seufer hat der Nordzugang. Und Cerro Tissi ja für die 6er bzw. 8er Position. Und dann für außen Patrick Weihrauchkehren. Dann Staude Roberto Massimo. Leihgabe vom VfB Stuttgart. Ein Eigengewächs, was sich Stuttgart geschnappt hat. Er bringt eine enorme Qualität mit. Hat man eben nochmal ausleihen können. Und dann noch Johann Simon Edmundsson. Und dem Sturm. Man spielt mit Doppelspitze. Aber man hat so viele Stürmer zur Verfügung. Das ist schon wirklich extrem. Sören Brandi. Letztes Jahr gekommen aus Berlin von Union. Andreas Vogelsamer. Fabian Klos, der Kapitän. Dann noch Leandro Butaro. Christopher Nöte. Nils Quaschner. Sven Schäbloch. Neuzugang. Ebenso neu wie Prinz. Osai. Owusu. Also das sind wirklich viele, viele Stürmer. Acht an der Zahl für zwei Positionen. Da muss man eigentlich noch wen abgeben. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Und daraus können wir jetzt mal in der erste Elf basteln. 4-4-2 ist ja das bevorzugte System. Ich denke mal darauf wird man auch weiterhin setzen. Ortega ist im Tor gesetzt. Brunner, wenn er fit ist. Rechts hinten. Bären und Börner. Für mich auf jeden Fall in Endverteidigung. Links führt kein Weg an Florian Hart. Der ist vorbei. Nicht nur, weil man keine Alternative hat. Sondern weil Hart jetzt eben auch eine gewisse Qualität mitbringt. Prietl ist für mich auf der Doppel 6 gesetzt. Christiansen. Habe ich mich jetzt mal für entschieden. Gut in den Zweitligaspielen. Da ja meistens nicht Christiansen gespielt. Aber ich traue ihm auf jeden Fall den Stammplatz zu. Vor allem auch neben Prietl. Das könnte auf jeden Fall ein Dur sein, was passt. Auf dem rechten Flügel Massimo. Auch da könnte ich mir Herrn Patrick Weihrauch gut vorstellen. Aber Massimo bringt einfach eine enorme Qualität mit. Hat den höchsten Marktwert auch im Kader mit 1,5 Millionen Euro. Also der bringt eine enorme Qualität mit, ein enormes Talent. Klar, man hat ihn jetzt nur noch als Leihspieler. Aber trotzdem wird er sicherlich eine gute Rolle spielen. Wie auch im linken Mittelfeld. Staude und vorne. Auch wenn man acht Stürmer hat, sind für mich Vogelsammer und Fabian Klos auf jeden Fall gesetzt. Neuzeuge gab es schon ein paar. Wie gesagt, Roberto Massimo. Er ist ja eigentlich zum VfB gewechselt. Sollte da auch eine Rolle spielen. Aber nun hat man sich für eine Leier entschieden. Damit er bei Bielefeld weiterhin Spielpraxis sammelt, kann er sicherlich sozusagen der prominenteste Neuzeuge, wenn man so will. Sven Schiplock ist aus Hamburg gekommen, vom Hamburger SV. Wird man sehen, was der eben jetzt im Sturm für eine Rolle spielen kann. Ebenso wird Prinz Osai Oso Wu aus der Jugend von Hoflein verpflichtet worden. Nils Seufert für die Acht. Cedric Brunner für die rechte Seite. Max Christiansen, ein Sechster Philipp Klevin. Und dann noch Juan Simon Edmundson. Abgänge gab es auch schon ein paar. Henry Weigelt sicherlich der, der am meisten wehtut Innenverteidiger. Den musste man wieder abgeben. Florian, oder was heißt musste man abgeben, aber der ist gegangen. Florian Dick ist zum 1. FC Kaiserslautern zurückgekehrt. Christoph Hemlein hat ihm den Weg gefolgt. Ist auch zu Lautern gegangen. Nils Teixeira war auch noch eine Alternative für die rechte Seite. Ist weg. Ebenso wie David Ulm, Nicola Rehnen und Alan Firmino. Dantas hat seine Karriere beendet. Und Konstantin Kerschbaumer, das war natürlich auch eine interessante Personalie. Er hat im letzten Jahr eine Schlüsselrolle gespielt. Die Leihgabe von Brentford, den Wolfsmann, gerne behalten. Aber dann kam dann doch der FC Ingolstadt. Und er hat sich eben Konstantin Kerschbaumer geschnappt. Aber da tat dann schon der Abgang weh. Ebenso wie bei Henry Weigelt. Gerüchte gibt es noch um einen neuen Rechtsartag. Der Jonathan Klaus, ein Franzose, steht wohl ganz oben auf der Wunschliste. Aktuell wird er auch beobachtet. Man hat sich bis Ende der Woche Zeit gegeben, über die Personalie zu entscheiden. Denn wie gesagt, Brunner fällt erst einmal aus. Ein neuer Rechtsartagdiger soll wohl noch kommen. Und Klaus ist wohl aktuell eine realistische Möglichkeit. Wie gesagt, Ende der Woche gibt es auf jeden Fall Neuigkeiten. Aktuell sieht es aber schon danach aus, dass er der neue Rechtsartagdiger werden könnte. Die Erwartungen an die Bielefelder nach der starken, wirklich vergangene Saison. Da war man ja, hatte man wirklich noch bis zum vorletzten Spieltag Chancen. Auf Religationsplatz 3. Wird man natürlich gerne wiederholen. Das obere Tabelle Mittelfeld ist schon das Ziel. Klar, man darf jetzt auch nicht zu viel erwarten von Bielefeld. Das letzte Jahr war einfach eine ganz, ganz starke Saison. Weil eben auch die zweite Liga von unten bis oben so ausgeglichen war. Da hätte man auch mit drei Niederlagen mehr ganz unten stehen können. Aber deswegen kann man, denke ich mal, schon das obere Tabelle Mittelfeld erwarten. Und vielleicht sogar der Aufstiegskampf für Bielefeld möglich. Klar, in der zweiten Liga nur mit Hamburg und Köln. Da haben wir nochmal zwei absolute Top-Vereine mit dabei. Auch so dann noch drumherum wie Ingolstadt. Oder vielleicht auch in eben auch wieder Überraschungszielen wie Jan Regensburg. Oder eben auch Arminia Bielefeld. Aber trotzdem, der Aufstieg ist vielleicht noch ein Ticken zu früh. Aber zumindest die Plätze 3 bis 6 so um den Dreh traue ich Bielefeld auf jeden Fall zu. Das war also Bielefeld. Das war Dynamo Dresden. Beide Vereine wurden jetzt genau analysiert. Wir haben noch sechs Vereine. Das heißt, es kommen noch drei Videos zum zweiten Bundesliga-Check. Wo wir die einzelnen Vereine analysieren. Am Ende kommt dann auch noch mal eine Einschätzung, wie die Tabelle am Ende der Saison aussehen wird. Das gleiche gibt es auch nochmal zur dritten Liga. Im nächsten Video geht es dann weiter mit Heidenheim führt Sandhausen oder Erzgebirge Aue. Stimmen gerne ab für das nächste Video. Und dann sehen wir uns genau da wieder. Also Heidenheim führt Sandhausen oder Aue. Erzgebirge Aue. Timast UNKER